Das ist gar... ich steh schon da. Los auf die andere Seite! So viele wie möglich! Auf sieh! Und haltet doch die Stellung! Ein paar von euch nehmen die linke Flanke! Wir schlagen von zwei Seiten aus zu! Pfeile! Schilde hoch! Reicht nicht zurück! Oh, ich treff sogar! Oder dürfen wir eigentlich nicht treffen? Oh, ich glaube die Distanz! Weg hier! Weg hier! Reicht auf Männer! Ah! Oh, ein Punkt! Jetzt gibt er nicht den Punkt! Ich treffe ihn nicht! Da kommt der Punkt dafür! Information! Sext ihnen nicht nah! Bleibt in Formation! Los, los, los! Ah! Ein einziger Druck! Keine Check weiter! Was für ein Lederdinger! Au! Oh! Ah! Ah! Wir haben geist den Punkt! Oh mein! Angeln! Wir haben hier gehört! ich habe uns auch mal zum Beispiel den Ort mit dem Punkt zulehnen ok wir können frei Ah! Äh, wir waren auch mal entspannend, so. Na, ich kann mich zum Windern Ich hoffe, das lag aber eigentlich einfach nur, äh, nur, falls man jetzt sagen, da blenden von mir, oder? Na komm! Bitte leid, schnell leid! Na komm! Alles voll gut, Männer! Der Weg ist treu! Auf Sie! Einmal der Pärte zwischendurch! Falk! Noo, auf Santi jetzt! Moin Mian! Geh! Au! Ich bin so in die Pärra. Ich bin so in die wir Alpbhere. Ich glaube nicht, dass er eine Hänge geht. Ich glaube nicht, dass er eine Hänge geht. Oh Gott, Ehre! Ich bin schuldig. um 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 Nein, guck mal! Nee, natürlich! Nein! Lass ihn hoch! Okay, was war denn das für? Oh! Oh! Fuck off! Ich weiß nicht, ob er einen mit Entfernung wie Peter ist denn da, oder? Ah, warte mal! Uah! Gewicht! Halt euch auf! Jetzt! Kümmert euch um die Bogenschützen! Rasch! Ich geh jetzt doch mal drauf, oder? Hä? Warum steht auch ein Bogenschützen? Was für? Was ist denn? Was für? Ja! Oh! Rückzimmer bitte! Ja, ich bin ja schon am Weg! Was? Ich war doch nicht mal fertig! Ja, ich hinkbe jetzt schon wieder mal! Wieso kann es tun? So schießen wir uns nicht! Von dem... Ah! Ich bin zu stark verwundert, aber ich habe doch noch Tränke und ich hatte sie nahe gehabt, ich hatte sie nicht so sehr! Ringeblumen auf, bloß kann ich kaum sich da eingesetzt werden. Knaps kann ich da eingesetzt werden. Ringeblumen auf! Ringeblumen auf! Ringeblumen auf! Na ja! Schöp! Der war schön! Auseinanderzuhalten, wer wer ist. Ah, ok. Kann ich jetzt wenigstens eine Montage nehmen? Nein, nicht mal jetzt! Das ist auch gut, oder? Alter! Ich bin zu wenigstens ein Zeichen. Nein! Nein! Ich bin zu wenigstens ein Zeichen. Nein! Ich bin zu wenigstens ein Zeichen. Shit haben wir keinen Leute, ne? Was? Das ist zu wenigstens? Nein! Nein! Gut nur! Nein, nein, nein! Eigentlich bin ich nicht schon so schön an. Ah! So gemacht! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, nein, jetzt ist ich schon einfach angehoben. Gott, um den Gämpf niemand! Ich bin noch! Mach etwas! Danke! Au! Au! Scheiße! Ja, das war sehr zu sprechen. Das war so mies. Ich musste nichts überziehen. Blöd zum Treffen, feier am Boden. Alles doch gut, Männer! Der Weg ist frei! Auf Sieh! Oh! Guck mal! Verlieh mich manchmal leicht, ich kann mich mal rüsteln, ne? Bleibt sofort stehen! Trämmert euch um die Bodenschütze! Oh, was? In Formatschluss! Todes! Ich steck still! Boden? Tür? Nein! Das war jetzt mal! Oh, ich habe das schon mit den fressen Perle! Ich werde jetzt noch mit den fressen Perlen. Das war ein guter Drepp da. Was ist das? wie bringe ich das mit dem Tank? 2 rechts zu können, also 2 links 2 rechts zu werden, also 2 links 1 rechts 2 links Das ist ein paar Rüge vom Kopf So haben wir das, was ich brauche Und das brauche ich, das brauche ich Das nehmen wir mit Das nehmen wir auf jeden Fall Spitzpferd, verbesserte Genau Rüstung Nackenschutz Kolsterhaube Armschiene, Helm Rüstung Ich werde mich nicht auf die Ah, die hat keine Bassen, ob die So Ein Schritt weiter Ruh und Ehre Auf Sie Ich werde sogar gut gehen Ruh und Ehre Ruh und Ehre Jetzt versuche ich schon Ich muss doch mal einigen Wicht Ah, ich habe mal einigen Wicht Du kürzel Ah, ich habe eine Musik Auf Ich werde einfach weiter, ich kann eine Haare mir doch Ich werde einfach... Ich werde einfach... Ich werde... Ja Ich werde... Ich muss nicht mehr weg gehen. Oh, das ist noch der Umgang. Bleibt zusammen und haltet die Stellung. Bleibt standhaft. Ich bin mehr zu viel von mir, Leute, als vorher. Ups. Dietrich kommt mit. Also beschädigt. Au! Fester! Ich halte! Hallo? Ich halte schon eine Rüstung. Ich habe noch eine Rüstung. Ich habe noch lange Ketten. Ich habe noch ein bisschen Schutzbeater. Was spielt der noch? So. Bleibt stehen! Auf geht's! Da, das ist sie! EIN DRÖS! Ok, 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 ok. Das ist doch noch gut aus. Ja, 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 ja. Das ist doch schon, Mann. Hör! 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 Alter, zu fasselige Hunde! Gehen sie zurück! Oh Gott, warum muss ich ihnen hier zu folgen? Ich werde dich zerstückeln, du Bastard! Hast du schon mal versucht? Ich bin noch hier! Was? Wer zur Hölle bist du? Hast du mich vergessen? Ich dich nämlich nicht! Wo ist mein scheiß Schwert? Was zum Teufel faselst du da? Welches Schwert? Warte mal! Du bist doch... Leck mich am Arsch! Und ich dachte, die Krähen hätten dich zerpflückt! Du zäher kleiner Mistkerl! Was hast du mit dem Schwert gemacht? Wenn ich an unsere letzte Begegnung denke, war es ein großer Fehler von dir herzukommen! Das ist ein verlobtes Schwert! Aber vielleicht hast du ja etwas geübt! Ich hoffe es für dich! Letztes Mal war viel zu leicht! Ich kann nicht nur Schwertzählen tun! Immer noch nicht! Die Spiel- Die Spiel- Der steht voll in der Ecke drin. Wie schön kann der wechseln? Der wechselt instant richtig, das gibt es ja nicht, oder? Was soll ich denn machen? Wir wechseln in unsere Richtung, ich habe nicht... Erstmal hast du dich beschwert, komm? Oh! 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 Ich habe mir schon gedacht, der Kampf zartiert, jetzt weiß ich wie lang... Es ist noch nicht vorbei, du Mistkerl! Wo ist mein Schwert? Was hast du damit gemacht? Wir sehen uns! Was hast du damit gemacht? Nicht schlecht! Für den Powerwende! Ich glaube, du vergeudest hier deine Kraft, Junge! Du hast das alleine geschafft? Sehr gut! Toll gemacht! Du überraschst mich! Er war ein Berg von einem Mann! Er war's, der Neuhof überfiel! Und dein Schwert geraubt hat, Herr! Das dachte ich mir schon! Was hat er dir gesagt? Wenn er noch leben würde, hätte der Henker ihm vielleicht mehr entlocken können! Was soll's! Das kann im Eifer des Gefechts passieren! Wie dem auch sei, wir haben eine Truhe voller Münzen entdeckt! Jemand hat dieses Gesindel wirklich gut bezahlt! Es waren noch ein paar von Siegesmonds Barbaren unter ihnen! Ich glaube, es ist noch nicht vorbei! Wer auch immer das angezettelt hat, muss hohen Ranges sein und wird sich nicht so leicht geschlagen geben! Dieser Wurm war nur ein Bauer! Ich fürchte, ihr habt Recht, Herr! Nun, Junge, das war wohl nicht unsere letzte Schlacht! Das ist nur die Anspannung! Lass es ruhig raus! Nun, lass alles hinter dir! Ein guter Christ sollte sich mit solchen Gräueln nicht belasten! Ich weiß nicht, Herr! Ich möchte das nicht vergessen! Es ist an der Zeit, dass diese Kerle für das büßen, was sie uns angetan haben! Du hast Recht, Junge! Doch zuerst müssen wir uns ausruhen! Wir treffen uns später in der oberen Burg von Ratai und entscheiden, wie wir weiter vorgehen! Und zugegeben, du hast dich heute gut geschlagen! So! Ja! So! Ja! So! Wir machen mal gerecht! Aber ja! Schön, dass er alles noch rauskotzen konnte! So! Schauen wir mal, was uns jetzt noch erwartet! Wollen wir jetzt noch ein Gespräch führen! Dafür wirst du mir büßen! Es ist Zeit für unseren nächsten Schritt! Überbringe die Kunde! Ja, Herr! Die Kunde! Was im Glück gesagt haben, aber bin09 Müller! Der Kahne verdshiftende. DERRID DÜST pulling zusammen! обр Wow, er kommt mir irgendwie bekannt vor, irgendwie, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Wo hat mir unser letztes Lager?